weil das nicht das ding hier warum gehe ich dann immer hier auf später sowieso ich habe keine freunde also von daher und dann war das vorhut ich glaube nein das war die feuerprobe jetzt bin ich schon wieder hier rauf gegangen ich komme noch mal die quatschen wo war denn noch mal dieser eisenbanner ich weiß dass irgendwo eisenbanner steht was dieser wirbel war das die erde nein die erde war das auch nicht das war doch hier der schlamunzel rumbel kontrolle privat match klassische mischung überleben eliminierung durchbruch leuchtturm erfordert makellos was heißt makellos du hast keinen zugang okay da haben wir auch hinzu wenn der meinung war das nicht hier so ein dickes ding hier so nur anscheinend nicht hier war das denn war das der gambit im betreiben die abrechnung kommen wir ja leider nicht rein und so war das hier auch nicht das sind ja alles quest gebiete ich jetzt gerufen und ist der mund die träumende stadt da waren wir auch noch gar nicht ne träumende stadt irgendwie bin ich jetzt haltung eisenbanner war doch hier da bin ich mir aber sowas von sicher oder nicht oder ist das einfach zur zeit nicht aber läuft ja erst in zwei tagen ab also müsste es ja normalerweise noch gehen ja ich mach mal auf verfolgen sehe hier irgendwo eine quest nöne ich sehe nirgendwo wo das grüne ist also existiert der eisenbanner zur zeit gar nicht eisenbanner zur zeit und ich sehe nirgendwo wo muss auch links und sein gut dann verzichten wir erst mal darauf und machen unsere normale quest weiter dann haben wir die jetzt halt nicht können ja zurück lassen mein motto ist auch schon am pennen schneicht hier die ganze bude voll haupt quest neues licht sprich mit dem wagabunden an 0, da steht ja sogar sprich mit dem wagabunden ja da ist aber gebund da müssen wir jetzt hin mit denen sprechen wir jetzt so da sind wir auf der herde auf dem torm guten tag twitch tv met in wage mhm hm 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 also Ich bin auch auf twitch und wegis guck ihn ist aber 64 für's gambit können wir immer hüter gebrauchen bist du dabei JA. Bin ich. aber sei gewann buyme es nächste schwache nerven darum macht es so verdammt viel spaß Greift vom Gambit-Bildschirm des Navigators aus auf Gambit. So, jetzt können wir hier wieder eine Million Beute zugeben. Was haben wir denn hier? Du hast hier bereits abgeschlossen. Okay, was haben wir jetzt? Erhalte Punkte, in denen du Feinde und Hüter besiegst. Nein, mache ich nicht. Besiege herausfordernde Feinde im Gambit. Machen wir auch. Mache ich nicht. Besiege als Einsatzgruppe gegnerischere Hüter in Gambit. Nein, mache ich nicht. Nutze Solarfähigkeiten, um Feinde in Gambit zu besiegen. Besiege Hüter, erzeugen extra Punkte. Beschwöre Urzeile in Gambit, indem du die Bank deines Teams füllst. Erlange einen Zufallsbeutezug in Gambit. Hüter besiegt. Also heute machen wir mal eine Menge Gambit. Ich glaube, so ist das immer besser. Wenn ich so einen Tag immer so erstmal nur Gambit mache, dann den nächsten Tag irgendwie so. Weißt du? Ja. Was haben wir hier? Erfordert, erfordert. Setze einen Ruchlosigkeitsrang einmal zurück. Wie geht das hin? Triumph abschließen. So, das geht ja sowieso nicht, ne? Triumph abgeschlossen. Schließe den Gambit Triumph. Ständig geschwitzen. Ach, ständig geschwitzen. Mach keine dummen Sachen damit. Nein, mach ich nicht. Todesstöße mit... Besiegeln Gambit oder Gambit Prime. Gegner mit dem Bogen. Beziele Präsentions-Todesstöße mit dem Bogen und sammle Punkte, indem du mit deinem... Nimm ja gar keinen Bogen. Ähm... Gambit mit Maschinenpistole. Um die kinetische Maschinenfluchtplan zu erhalten. So. Bin sieke Kämpfer und schicke Blocker um Punkte. Multikills. Rein erledige deinen Job. Wir versuchen das einfach mal, ob... ...die erledigt wird. Hier, Schrubfchen, da haben wir auch. Das ist doch eine Schrubflünde, ne? Nimm die einfach mal mit. Und besiegeln Gambit verschiedene Ruflose als... Okay. Also jetzt haben wir eine Million... Eine Million. Also wirklich eine Million Quests angenommen. Glücksspiel. So, damit nehmen wir... Irgendwelche... Irgendwelche Spezial-Dinger nehmen wir wahrscheinlich damit an, ne? Äh, Spezial-Dinger da. Handfeuerwaffe haben wir gar nicht. Guck, abgegeben mit Partikel. Und dafür haben wir jetzt 3000... Ähm, Glibber ausgegeben. Okay. Atom Gambit. Und wir erledigen euren Job. Boah. Machen direkt hier die große Runde. Boah, kein Problem. Boah. Jetzt räumen wir richtig auf. Juhuuu. Juhuuu. Okay, weiter geht's. Er hat's drauf, Digga. Er hat's drauf. Guck mal, er hängt... Er hat viel zu tun. Er hängt voll am Handy. Alles klar. Aus der Insel nähern sich Feinde. Boah, was ist das denn für... Aber hier waren wir auch noch nicht. Aber diese, ähm, Selbstmord-Dinger, diese Explosionsviecher, die sind ja auch immer richtig für den Arsch, wahr? Wieso sind die denn immun? Gegen was sind die immun? Was macht denn meine Waffe? Oh, ich habe jetzt schon wieder keine Batterie reingepackt. Mann, oh. Hä, sind da noch Gegner oder was? Mach die doch mal fertig hier. Es nähern sich Feinde bei den Höhlen. Bei den Höhlen. Ich komme... Wer bist du? Ein Goblin. Hä? Was ist der noch warm, man? Lol. Kimmt sich einfach weg. Keine Spezialfunktion. Naja, wir haben ein bisschen Platz machen. Ui, 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 ui. Okay, dann bin ich mal eben die Dinger hier ein. Oh, bin ich jetzt tot? Nein, oh, bin ich noch nicht. Und hier, so. Es nähern sich Feinde beim Garten. Okay, ich habe jetzt 13. 14. Einer fehlt mir noch. Dann kann ich einen großen rüber schicken. Pass bloß auf. Da ist ein Eindringling im Anmarsch. Oh, oh. Nein. Von wo? Das ist ein Portal ist bereit. Schnapp dir deine Wumme. Ein Eindringling eliminiert. Alles sauber. So, ich gebe die Partikel ab. 15 Stück direkt. Pam. Du hast gerade einen großen Blocker auf deine Mitwüter losgelassen. Ja, ich weiß, Digga. Du kannst dich schreien hören. Ja, ich auch. Es gefällt mir, wie sie schreien. Oh, da hinten ganz viele. Oh, was bist du denn für einer? Oh. 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 Hey, wie soll das meine? Ich habe mich verdient. Auf der Insel nähern sich Feinde. So nah dran. Geht zur Bank und beschwöre einen Urzeitlach. Killtreiber. Okay. Hey. Du hast genügend für einen Urzeitlach. Ja, aber nur für einen kleinen. Nur für einen kleinen. Ich brauche einen großen. Also, einen Minimum großen. Oder einen Minimum mittleren. Ja, aber noch nicht. Oh, nein. Scheiße. Das sind diese Scheiß-Explosionsdinger. Du Scheiße. Haben wir schon scheiße gesagt? Elf Dinger verloren, ey. Scheiße. Habe ich schon scheiße gesagt? Hat sich nicht oft genug sagen. Oh, nein. Der ist weg. Das ist... Das denn? Alles klar. Wo sind die denn? Da hinten. Ich bin noch Zef. Ah, fuck it. Dieser Scheiß-Ball-Drick. So kümmert sich denn keiner um den Ball-Drick. Guck mal, der snackt da oben rum die ganze Zeit. Komm, kümmert dich um den Ball-Drick. Keiner kümmert sich. Geht als Eindringling auf die andere Seite. Der Eindringling ist weg. Beim nächsten Mal dann. Gesamte wurden eliminiert. Jetzt alle auf den Uhrzeiten ab. Fuck it. Und wo hat er einen Bogen her? Blauen Bogen haben. Eindringling auf dem Feld. Vorsicht. Wo denn? Okay, alles klar. Ich entspanne. Und wie ich entspannen werde. Zack. Oh, falsch. Obwohl, der kann ja weg. Was weg ist, ist weg. Zack. In die Eier, in die Eier. Ah, das... Oh, da... Oh, gegen... Gegen... Gegen Dingsen zerklatscht. Aber er hier wieder mit seinem scheiß gehässigen Reißer-Bogen. Hab mich voll gerissen. Der Eindringling ist weg. Beim nächsten Mal dann. Noch eine Minute. Jeder Schuss zählt. Eindringling im Anmarsch. Javi. Boah, gibt's doch noch gar nicht. Das Schwert ist so scheiße, weil du da einfach so nah ran musst. Logisch. Der gegnerische Eindringling wurde erledigt. Jetzt tot, Martin. Der Uhrzeitlehr ist gefallen. Gute Arbeit. So schnell ne Batterie reinmachen. Dein Trupp hat Stil. Gegnerisches Team. Reißt euch am Riemen. Teleport bereit. Stürz dich wieder in die Action. Die Feinde haben Verstärkung gerufen. Es nähern sich Feinde beim Garten. Stürz dich wieder in die Action. Stürz dich wieder in die Action. Stürz dich wieder in die Action. Zürz dich wieder in die Action. Stürz dich wieder in die Action. Jage ihn! Der Eindringling ist raus. Nächstes Mal erwischst du ihn. Nächstes Mal erwischst du ihn. Nächstes Mal erwischst du ihn. Auf der Insel nähern sich Feinde. Ein Eindringling ist hier. Fasst auf! Der Eindringling ist raus. Nächstes Mal erwischst du ihn. Das Portal ist bereit. Sichern und laden. Dein Teammitglied ist der Eindringling. Euer Eindringling ist mit zwei Kills zurück. Der Gegner hat einen Urzeiter heraufbeschworen. Wenn er ihn erledigt, gewinnt er. Das Portal ist bereit. Statte ihn einen Besuch ab. Dein Teammitglied ist der Eindringling. Euer Eindringling ist mit zwei Kills zurück. Es nähern sich Feinde beim Garten. Das Portal steht. Sorge für Chaos. Ein Verbündeter macht sich zur anderen Seite auf. Euer Verbündeter wurde erledigt. Ich bringe ihn zurück. Oh! Euer Eindringling wurde erledigt und kommt jetzt zurück. Das Portal steht. Blick ihnen in die Augen. Dein Teammitglied geht als Eindringling auf die andere Seite. Eine Minute. Euer Eindringling ist erwischt worden. Aber einen Kill konnte er landen. Nah dran. Ist die Bank voll, gibt's einen Uhrzeitplatz. Es nähern sich Feinde bei den Höhlen. Das Portal ist aktiv. Dein Teammitglied ist der Eindringling. Noch 30 Sekunden. Es ist noch nicht vorbei. Vernichte den Uhrzeitplan. Uhrzeitplan bespricht. Geben alles. Wenn ich wieder mein Mikrofon aus hab. Kann ich nicht angehen. Mikrofon war schon wieder aus. Mein Eindringling ist hier. Passt auf. Wo dann? Das Portal steht. Mach sie fertig. Dein Teammitglied geht als Eindringling auf die andere Seite. Ja, ich will da hoch. Der Eindringling ist weg. Beim nächsten Mal dann. Okay, ich glaube, ich habe die beste Position hier. Ja, wir liegen im Führung. Passt bloß auf. Da ist ein Eindringling im Amt. Das Portal ist bereit. Statte ihn ein Besuch an. Um der Eindringling. Ihr liegt zurück. Was? Liegen zurück? Ein Verbündeter macht sich zur anderen Seite auf. Einer der Verbündeten hat den Eindringling neutralisiert. Sehr schön. Immer schön in die Fresse. Guck mal, so trifft er mich kaum. Ich kann ihn schön alles reinhauen. Oh. Ich will auch mal auf die andere Seite. Wo ist denn jetzt schon wieder der Eindringling? Boah, lol. Alter, was ist das für ein Balldreck, du? Ich hasse diesen Typ. Ich habe fast so schlimm wie dieser eine, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Diese eine Ziege. Ja, ich hau ihn jetzt schön in den Super rein und wir haben, haben noch gewonnen. Dank meines Supers, das war echt knapp da oben, du. Junge, Junge, Junge. Mit meinen Super nochmal richtig, richtig, richtig. Habe ich sie aber jetzt nochmal zum Schluss gegeben, du. So, was haben wir hier? Ja, sagt, seit mal her. Oblase, Urzeitlerschaden, Invasion, Urzeitler geheilt. Partikel-Einsatz, effizient, 95%. Sehr nice. Ich habe es einfach drauf, ich habe es einfach drauf, einfach drauf gehabt.